...für Brent Ober, der Mann der Stunde aus Salzburgersicht. Und jetzt wird noch ein wenig ausgeteilt hier. Zunächst Münstein attackiert und Ebmeer Winter beim Hinausfahren auf die Spielerbank noch vorstellig bei Thomas Hundertgrund. Trash-Talk der gewöhnlichen Art in diesen Schloss-Minuten. Münstein fasst dafür nach zwei Minuten aus. Und was die Salzburger Fans kantieren, möchte ich gar nicht näher erläutern. Das war der Check gegen Münstein. 19 Sekunden geht es auf alle Fälle noch. Salzburg wird dieses Spiel gewinnen. Das war nur ein kleines Reiband von Münstein gegen Hundertgrund. Und der bewirbt sich da auch ein wenig für die Schauspielschule. Das gehört nicht auf ein Eishockey-Pfels.